Ich liebe den Wald. Mein Name ist Samuel und ich bin leidenschaftlicher Tricksler. Die Planung ist wie in jedem Projekt sehr wichtig, damit man eine gute Vorstellung vom Ergebnis hat. Für das beste Trickslerergebnis verwende ich Hartholz. Zunächst muss ich den Holzstamm zu einem zylinderförmigen Holz drechseln. Dabei zu beachten ist jeder, dass ich so wenig je möglich Holz abtrage. Die regelmäßige Kontrolle der einzuhaltenden Masse sind für ein genaues Trickslergebnis essentiell. Es fällt mir immer aufs Neue ein Stein vom Herzen, wenn die Funktion des erarbeiteten Werkstückes gegeben und ebenfalls das Design ansprechend ist. Viele Menschen wünschen sich Produkte, die genau den individuellen Bedürfnissen entsprechen. Doch für mich ist es nichts besonderes, denn ich gestalte das Produkt nach meinem Geschmack. workout. Uhh… or B alle